Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Fußballzentrale und heute starten wir rein mit der nächsten Episode unserer FIFA 23 Karriere mit Hannover 96. In der letzten Episode haben wir hier die ersten fünf Spiele dieser Saison gespielt und stehen auf Platz 7 mit starken 8.2 Siege, zwei Unentschieden und nur eine Niederlage. Also ich denke, der Saisonstart ist uns schon mal geglückt. Heute wollen wir dann versuchen, daran anzuschließen. Und das könnten wir hier heute im Spiel gegen Hertha BSC. Am sechsten Spieltag hier im Olympiastadion. Ja, zwei Mannschaften denke ich auf ungefähr Augenhöhe. Das könnte ein richtig interessantes Spiel werden. Bei uns aufstellungstechnisch ein paar Änderungen, aber alles in allem ist das unsere erste Elf eigentlich bis auf vielleicht Kerk auf der ZOM-Position. Bis zur ersten Chance dauert es hier bis zur 34. Spielminute. Aber Schwolo mit einer starken Parade. Von den Herrn Tarnan bisher gar nicht zu sehen. Jetzt haben wir aber hier die 70. Spielminute. Aber auch daraus wird es jetzt nicht so richtig gefährlich. Zumindest bisher nicht. Können wir das weiterhin gut verteidigen? Ah, Hertha kann hier viel den Ball rumspielen. Oh, doch mal ein gefährlicher Abschluss. Aber Iwuzic ist da. Und das war es dann auch schon vorm Spiel hier. 0 zu 0, also nach 90 Minuten. Ich denke, das ist für beide Mannschaften ein okayes Ergebnis. Aber natürlich, so richtig weiterhelfen tut das hier keinem. Was uns aber weiterhilft, sind gute Scout-Berichte. Und hier haben wir einen. Der gute Lewin Kraft ist ein richtiges Top-Talent. Jetzt schon 1,8 Millionen wert. Daraus kann man ein richtig guter Spieler werden. Schauen wir jetzt mal, ob es hier im siebten Spieltag für uns zu Hause etwas besser läuft gegen Mainz 05. Aber auch das ist ein Gegner auf absoluter Augenhöhe. Wenn nicht sogar eher ein bisschen über uns. Die haben einen richtig guten Kader. Kader, mein Gott, Alter. Sprechen ist mal wieder schwierig. Nee, wir haben auf jeden Fall einen guten Kader. Da muss man aufpassen. Das könnte für uns ein richtig, richtig schwerer Gegner werden. Die ersten Minuten gestalten sich hier aber etwas anders. Wir sind hier die dominierende Mannschaft und haben dann auch in der 36. Spielminute die erste Chance. Und Jovanovic macht das 1 zu 0. Die Mainzer suchen aber die schnelle Antwort. Zum Glück haben wir mit Iwuzic hinten einen Torhüter, der solche Chancen verhindert. In der 85. haben wir dann hier nochmal eine Chance, das Ergebnis noch ein bisschen hochzuschrauben. Können das aber nicht nutzen und somit endet das Spiel dann auch mit 1 zu 0 für uns. Ein ganz, ganz wichtiger Sieg gegen eine Mannschaft, die ich sehr stark eingeschätzt hätte. Das ist auf jeden Fall gut und tabellarisch sieht es für uns damit auch weiterhin richtig, richtig gut aus. Und zwar so gut, dass wir hier nach sieben Spieltagen auf Platz sieben stehen. Damit bin ich super, super zufrieden. Letztes Jahr noch am Ende gegen den Abstieg gespielt. Man muss aber auch sagen, in der letzten Saison waren wir am Anfang auch recht stark und haben da nachgelassen. Hoffen wir, dass wir das dieses Jahr nicht machen. Was vielleicht auch mal ganz interessant ist, ist ein Blick auf die Torjäger der Bundesliga. Unsere Spieler sind irgendwo mit dabei, aber jetzt nicht überragend. Matanovic hier auf 11 mit 4 Toren in sieben Spielen. Und dann haben wir hier unten noch Jovanovic mit 3 Toren in sieben Spielen. Das ist für unsere Verhältnisse super. Im Vergleich in der Bundesliga natürlich jetzt nichts Besonderes. Wo wir wiederum sehr, sehr stark sind, ist hier bei den Spielen ohne Gegentoren. Iwusic hat schon vier. In sieben, das ist mal eben doppelt so viel wie Neuer, Gulaschin, Trapp oder auch in Sommer. Ja, wobei, da sind sogar noch mehr. Also, das ist schon respektabel. Ein Spiel zu Null könnten wir auch gerne jetzt haben. Hier am achten Spieltag gegen RB Leipzig. Die sind aktuell Tabellenzweiter. Es ist also klar, sie sind ja der Favorit. Und das ist eine unfassbare Kader, auch denen die da zusammen haben. Also, Nritschalisson ist da, ein Pulisic, ein Kunku. Die sind hier der klare Favorit. Es wird ein unfassbar schweres Spiel für uns. Wir werden aber natürlich alles in die Waagschale werfen, um hier hoffentlich irgendwas mitnehmen zu können aus Leipzig. Es wird aber massiv schwer. Und die Leipziger lassen hier auch direkt die Muskeln spielen. Zwölfte Spielminute, 1 zu 0. RB Leipzig, Christopher, ein Kunku. Das spielen sie stark, das spielen sie gut. Und wir sind natürlich auch einfach viel zu weit weg. Und Leipzig will direkt nachlegen. Und sie tun es. Ein Kunku mit der Vorlage. Rit Chalisson mit dem 2 zu 0. 20. Spielminute. Ja, das ist einfach eine Nummer zu groß wie heute für uns. Defensiv kriegen wir hier aber auch überhaupt keinen Zugriff. Also weder auf den Kunku noch auf Rit Chalisson. Offensiv schalten wir uns jetzt aber auch das erste Mal ein. Richtig stark pariert von Gulaschi. Stattdessen wieder mal RB Leipzig, Mitri Chalisson. 35. 3 zu 0. Ja, der Jubel passt. Somit dann bei uns hier auch die ersten Reaktionen von der Bank. Das kann so defensiv nicht weitergehen. Aber wir kriegen die Leipziger nicht unter Kontrolle. Glück, dass hier zumindest Iwucic rankommt. Und damit gehen wir hier mit einem 3 zu 0 Rückstand in die Halbzeit. Das Spiel dürfte entschieden sein. Einfach eine schwache Leistung von uns. Man muss aber auch sagen, Leipzig einfach auch bockstark. Aber auch in Halbzeit 2 sind die Leipziger hier besser. Bisher zwar noch ohne Tor, aber es ist eigentlich bei dem, wie sie spielen, nur eine Frage der Zeit. Wie ich es sagte, die anschließende Ecke. Sie ist direkt drin. 4 zu 0. Ja, es ist wirklich ein ganz, ganz schlechtes Spiel von uns. Das 4 zu 0 ist ja aber immer noch nicht der Endstand. 5 zu 0 jetzt. Es ist wirklich unfassbar defensiv. Ist das so, so schlecht. Also klar, Leipzig hat einen unfassbaren Gader. Ich meine, da kommt jetzt gerade ein Kammerwinger rein, macht einen Treffer. Ja, es ist Kühn-Dekam, glaube ich, auch noch. Also, wirklich geisteskrank. Das hier heute war wirklich eine Lehrstunde. Vielleicht können wir zumindest noch einen Treffer machen. Nein, denn Kerk scheitert an Gulaschi. Auf der anderen Seite dafür nochmal die Leipziger. Aua, mit dem Treffer. 6 zu 0. Boah. Einer der bittersten Tage in unserer Trainerabendzeit hier bei Hannover. Das ist geisteskrank, was hier passiert. Und das ist einfach immer wieder gut gespielt. Und die Abschlüsse sind unhaltbar. Da kann auch ein Iwuzic nichts machen. Zum Glück ist das Spiel dann jetzt hier aber vorbei. 6 zu 0. Der Endstand, absolut chancenlos gewesen. Wir hatten ein, zwei Abschlüsse aufs Tor. Das war es aber auch. Ja, defensiv war es halt auch einfach zu wenig. Gebt euch mal bitte die Statistiken hier. Also, alles ist auf Leipziger Seite. Ich glaube, das kann man ganz klar sagen. Aber zwei Kämpfe haben wir 17 bestritten. 0. Gewonnen. 0. Das sagt, glaube ich, alles. Unser bester Spieler war mit Abstand Jeremy Toljan. Dahinter kommen dann Spieler, die einfach eine 6-Komma-Bewertung haben. Und das geht dann runter bis zu einer 5-2. Ja, hätte ich jetzt aber auch gesagt, dass Krüger und Nusser mal wieder leider nicht wirklich gut waren. Und das mit Krüger zieht sich natürlich leider hier so ein bisschen durch. 7 Spiele, eine Vorlage, eine Wertung von 6,21. Das ist einfach nicht gut genug. Und für Nusser gilt ja eigentlich genau dasselbe. 7 Spiele, 0 Tore, 0 Vorlagen, 6,24. Die müssen mehr zeigen. Ob es im Spiel gegen Eintracht Frankfurt für uns und unsere Sorgenkinder besser läuft, das wage ich allerdings zu bezweifeln. Die sind Tabellendritter. Auch das ein richtig gutes Team. Wir werden das Ganze schnell simulieren und mal schauen, was wir hier machen können. Ja, nicht viel. Wir verlieren mit 3 zu 1. Jovanovic mit dem Treffer immerhin. Aber ja, so richtig gut ist das jetzt auch wieder nicht. Und Krüger halt schon wieder mit einer 5,0. Ja, das ist zu wenig. Unsere Leistung muss aber spätestens jetzt besser werden. DFB-Pokal, erste Runde, beziehungsweise zweite Runde, aber für uns die erste, die wir spielen, gegen Fortuna Düsseldorf. Wir sind klarer Favorit. Das ist, glaube ich, klar gegen den Zweitligisten. Aber unsere Form in den letzten 2, 3 Spielen war jetzt nicht überragend. Wir haben halt ein paar Sorgenkinder, die einfach mal ein Breakout-Spiel brauchen könnten. Vielleicht könnte ja einer von beiden zumindest heute, weil einer steht nicht in der Startformation, heute so ein Spiel haben. Und hier mal ein bisschen zeigen, was er kann. Denn schauen wir uns mal unsere Formation hier an, sehen wir Kerk heute auf A10. Ja, leistungstechnisch einfach klar. Und Nusa darf heute rechts ran, muss aber auch zeigen, dass er ein bisschen was drauf hat. Aber auch hier starten wir katastrophal. Und gehen in der 4. Spielminute mit 1 zu 0 in Rückstand. Was ist mit Hannover los? Und das ist einfach unfassbar schlecht verteidigt. Gechter ist dagegen 3 Mann. Gretsch dann, dann ist es frei. Unfassbar. Wir sind aber um eine Antwort bemüht. Nusa mal mit einem Abschluss. Super gefährlich war der aber leider auch nicht. Sieht man hier, er geht schon ein gutes Stück rüber. Stattdessen auf der anderen Seite wieder Fortuna Düsseldorf. Alter, was ist mit unserer Verteidigung los? Iwucic hält richtig stark. Aber sie bleiben hier einfach besser. War zum Glück abseits, aber Düsseldorf ist die bessere Mannschaft. Halbzeit 1 ist zu Ende und es bleibt hier eine einseitige Partie. Düsseldorf ist besser. Wir kriegen defensiv nicht verteidigt und offensiv kommt gar nichts. Also wirklich gar nichts. Das hier beschreibt es glaube ich ganz gut. Die erste Chance in Halbzeit 2 gehört hier aber uns, beziehungsweise auch nicht. Denn Matanovic kommt nicht zum Abschluss. Aber jetzt vielleicht Matanovic. Jovanovic natürlich, aber Keeper hält. Wir werden jetzt aber gefährlicher, Matanovic. Jetzt wirklich, aber wieder ist der Keeper im kurzen Eck da. Wir können ihn bisher nicht überwinden. Mit Matanovic, aber direkt mit der nächsten Möglichkeit. Wieder ist der Deuter da. Vielleicht Jovanovic. Vielleicht macht er es besser. Nein. Wir bleiben im Abschluss einfach schwach. Wir geben hier aber noch nicht auf. Komm nochmal mit Jovanovic. Aber es ist unfassbar. Wir kommen nicht an den Päuter vorbei. Vielleicht ja jetzt. Nein. Auch der wieder gehalten. Und dann ist das Spiel hier vorbei. Wir fliegen im Pokal in der zweiten Runde raus gegen Fortuna Düsseldorf. Und ja, erste Halbzeit scheiße gespielt. Zweite Halbzeit ganz gut gespielt, aber keine Tore geschossen. Ich weiß nicht, was los ist. Ich weiß wirklich nicht, was los ist. Wir spielen einfach nicht gut. Im Pokal sind wir zwar raus. Wir stehen in der Liga aber immer noch recht gut da nach neun Spieltagen. Mit zwölf Punkten hier auf Platz acht. Das ist überragend. Auch wenn es in letzter Zeit jetzt nicht so läuft. Und wir haben auch einen massiven Vorsprung schon auf die Abstiegsplätze. Nichtsdestotrotz, ja, unsere Entwicklung ist mal wieder nicht so positiv. Und erinnert es so ein bisschen an letztes Jahr. Immerhin unsere Scouts liefern konstant gute Leistungen ab. Fuad Said ist der nächste Spieler, den wir verpflichten können. Und auch der sieht gar nicht mal schlecht aus. Und auch unser deutscher Scout hat einen guten Spieler gefunden. René Neumann. Den nehmen wir auch mit. Um unseren Negativlauf dann aber zu stoppen, sollten wir gegen den FC Augsburg wieder drei Punkte mitnehmen. Die sind aktuell Tabellen 15 da. Das heißt, da muss man sagen, das wäre ein Spiel, wo es schon wichtig wäre zu punkten. Ja, das gehen wir in der nächsten Folge an. Ich hoffe, dass wir da dann die drei Punkte wirklich mitnehmen und uns aus dieser Negativspirale so ein bisschen rausarbeiten. Unser Kader ist eigentlich gut genug. Es sollte es packen. Aber, ja, wir haben aktuell gefühlstechnisch so ein paar mentale Probleme in der Mannschaft. Hoffen wir, dass das besser wird. Und dann hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn es so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Und falls ihr neu seid, lasst auch gerne noch ein Abo für den Kanal da. Denn dann, du sagst es nächste Mal. Hier wieder, in der Fußballzentrale. Tschüss. 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 Tschüss.